Hallo? Hallo, ich möchte gern Filmfrühstücken. Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Angetoastet. Ich bin der Daniel von Filmtoast.de und heute erzähle ich euch ein wenig etwas zum neuen Radio-Silence-Film Abigail. Denn wenn Radio-Silence auf einem Film draufsteht, dann werden Genre-Fans wie wir nämlich direkt hellhörig. Schließlich konnten die beiden Regisseure Matt Bettinelli-Olpin und Tyler Gillett nicht nur mit ihrem gefeierten Horrorstreifen Ready or Not, sondern auch mit der Zepter-Übergabe bei der Scream-Reihe überzeugen. Nun also läuft mit Abigail der nächste Radio-Silence-Streifen in den Kinos und die Macher, die haben vorab von Blutbad, von Ready or Not auf Steroiden gesprochen. Große Worte, aber was steckt eigentlich dahinter? Das wollen wir euch in diesem Angetoastet verraten. Wir folgen einem illustren Cast aus Kleinganoven mit dunkler Vergangenheit, die beauftragt werden, das Kind eines vermögenen Mannes zu entführen. Und das ist natürlich eben die namensgebende Abigail. Mit an Bord ist unter anderem die aus Scream bekannte Melissa Barrera, die neben Abigail-Darstellerin Lisha Weir mehr oder minder die Hauptrolle einnimmt. Der bereits in Godzilla Kong The New Empire toll aufspielende Dan Stevens ist ebenso mit am Start wie Catherine Newton, die nach Freaky sowie Lisa Frankenstein weiterhin dem Genre-Film erhalten bleibt. Der bedauerlicherweise im vergangenen Jahr verstorbene Angus Cloud kompletiert mit dem herrlich stumpf agierenden Kevin Durant hier unsere Gangster-Truppe. Breaking Bad und Mandalorian-Fans, die dürfen sich auf ein Wiedersehen mit Giancarlo Esposito freuen, der den Kontaktmann unserer Bande in einem abgelegenen Herrenhaus verkörpert. Dorthin schleppt nämlich unsere ungleiche Truppe die junge Ballerina Abigail. Und wenn ihr die Kombination aus Radio Science und Cast bereits jetzt ausreichend findet, um ins Kino zu flitzen, dann solltet ihr das an dieser Stelle auch tun, denn am besten solltet ihr keinerlei weitere Informationen zu Abigail mehr aufsaugen. Den Twist des Films zu kennen, das schadet gerade dem ersten Akt des Films enorm. Schnell merken unsere kleinen Ganoven nämlich, dass Abigail die Tochter eines hochrangigen Unterweltbosses ist und verbringen eine halbe bis dreiviertel Stunde damit herauszufinden, um wen es sich eigentlich handelt. Nicht nur das, sie gehen auch davon aus, dass einer unter ihnen ein Verräter sein könnte und in Wahrheit für Abigails Vater arbeitet. Weil das Marketing des Films aus uns unerfindlichen Gründen eigentlich bereits den Twist verraten hat und ihr eventuell drüber gestolpert seid, nehmen wir diesen aber in die Besprechung auf, um euch einen Ausglück auf den weiteren Film geben zu können. Aber wie zuvor erwähnt, falls ihr spoilerfrei bleiben wollt, schaut euch Abigail direkt im Kino an, um die erste Stunde wirklich genießen zu können. Dann präsentiert uns Radio Silence nämlich den wahren Antagonisten des Films, Abigail selbst. Bei der kleinen Ballerina handelt es sich nämlich um einen blutsaugenden Vampir, welcher die Truppe durch ihre eigene Entführung in eine Falle gelockt hat. Und nun lässt die kleine Lady im wahrsten Sinne des Wortes die Fesseln fallen, um all in zu gehen. Wie von Bettinelli, Olpin und Gillette angekündigt, erwartet euch in Abigail ein Blutbad besonders gleichen. Da werden Köpfe und Körperteile abgerissen, Körper explodieren und ganze Räume werden in Rot getränkt. Abigail mutiert nach dem Twist zu einem wahren Fun-Splatter, der lose auf dem Film Dracula's Tochter von 1936 basiert. Das sind jedoch nicht die einzigen Vibes, die euch der Film so mitgeben wird. Denn Radio Nord wird vielen von euch ins Gedächtnis kommen, was aufgrund der Macher auch nicht verwunderlich ist. Da ich nicht ich wäre, wenn ich keine Videospielreferenz bringen würde, hatte ich zwischenzeitlich aufgrund des Herrenhauses sowie der Thematik auch starke Resident Evil 8 Vibes, die Abigail bei mir auslöste. Auch Elemente aus dem französischen Horrorwerk Livet aus 2011 oder Klassikern wie Das Geisterschloss kommen da ins Gedächtnis. Radio Silence liebt es eben, einen Ensemble-Cast in enge Räumlichkeiten zu sperren. Apropos Ensemble-Cast, ja, ich werde wahrscheinlich keinen Freund mehr von Melissa Barrera. Nachdem es da bei mir in Scream 6 endlich geklickt zu haben schien und ich ihr die große, starke Schwester endlich abgenommen habe, da gab es mit Bad Rest im vergangenen Jahr bereits den ersten Rückschritt und auch in Abigail konnte sie durch ihre schwierige Attitüde nicht überzeugen. Schwierige Attitüde natürlich auf die Figur bezogen, denn zwar versucht der Film ihr durch ihren Sohn eine gewisse Nähe und Emotionalität zu vermitteln, doch ihr Charakter Joey wirkt stets irgendwie unterkühlt, abgezockt, allwissend, dass man mit ihrer Figur irgendwie auch keine Verbindung aufnehmen kann. Anders als das bei Dan Stevens, Catherine Newton und Kevin Durant der Fall ist, die drei drehen nämlich einfach frei und haben anscheinend den Spaß ihres Lebens. Stevens spielt Frank, den Kopf der Mande, stets auf den Erfolg der Mission und damit die eigene Kohle gerichtet. Im finalen Akt gibt es eine ikonische Szene mit ihm, einen ikonischen Shot, der so verdammt cool aussieht, dass er sich schon für immer in meine Netzhaut gebrannt hat. Und ich bin gespannt, was ihr dazu sagt, wenn ihr aus dem Kino kommen werdet. Catherine Newton als junge, rebellische Hackerin funktioniert dabei mir genauso gut wie eben Kevin Durant, der den einfältigen Muskelprotz mimt und für den Comic Relief zuständig ist. Das ist nicht immer originell oder witzig, aber verdammt charmant. Und natürlich dürfen wir Abigail selbst, Alicia Weir nicht vergessen. Die 14-Jährige hat es geschafft, sich in drei Jahren mit Roald Dahls Matilda the Musical, Wicked Little Letters und nun als tanzender Vampirballerina eine Bandbreite zuzulegen, von der gestandenen Schauspielerinnen und Schauspieler wahrlich nur träumen können. Die slashende Horror-Prinzessin spielt sie mit so einer Leichtigkeit, wechselt spielerisch zwischen schüchterne Mädchen und blutrünstigem Vampir, dass es einem kalt den Rücken runterläuft. Auch inszenatorisch fahren Bettinelle, Eupen und Gillette natürlich wieder alles auf, was sie zu bieten haben. Das altehrwürdige Herrenhaus ist von einer Mystik umgeben, die klassischen Haunted-House-Filmen auch in nichts nachsteht. Toll inszenierte Action wechselt sich mit atmosphärischen Suspense-Momenten ab, ehe zum finalen Akt Lastwagenladung an Kunstblut über euch ausgeschüttet werden. Reinigungskraft an dem Set hätte ich wahrlich nicht sein wollen, das kann ich euch sagen. Ja und so liefert Radio Silence mit Abigail erneut einen unterhaltsamen Genre-Film ab, der neben Ready-or-not-Fans auch Freunde klassischer Vampirstreifen begeistern wird. Wer es gerne praktisch und saftig mag, der kommt ebenfalls auf seine Kosten. Ja, kennt ihr den Twist bereits, dann kann das erste Drittel von Abigail sich ein bisschen ziehen, da dieses große Mysterium, was da aufgemacht wird um Abigails Herkunft, ja von Anfang an eigentlich klar ist. Das heißt, dieses Katz-und-Maus-Spiel zu beginnen, dieses Rätselraten, dieses kleine Houdanit, das funktioniert dann leider nicht mehr so gut. Auch schafft es Melissa Barrera nicht, als prima Enterpares diesen Ensemble-Cast zu tragen. Für die Nicht-Lateiner, die erste untergleichen. Dafür haben Stevens, Newton und Durant umso mehr überzeugt. Ready or not auf Steroiden? Blutbad? Versprechen eingelöst, würde ich sagen. Also, gebt uns gerne 5 Sterne auf Spotify und Apple Podcast da draußen, sagt es euren Freundinnen und Freunden. Ich wünsche euch eine gute Zeit, schaut Filme, geht ins Kino, habt viel Spaß und sage bis dann. Tschüss.